halli hallo meine lieben ritter und weiter geht's mit assassin's creed chronicles china ja wir sind beim letzten mal nein 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 es geht schon wieder gut los was wollte ich gerade sagen ich hab's vergessen wir sind beim letzten mal erwischt worden genau ich glaube das wollte ich sagen und wir sind jetzt schon wieder erwischt worden eine tolle voraussetzung für den anfang einer folge ach ja also wie war das jetzt noch mal wir haben den typen hier und den da oben wir sind ja beim letzten mal schon daran vorbeigekommen ich habe da so eine idee ja funktioniert nicht so weit kann mir nicht reichen nachgemacht wieder kleiner wollte ich sagen aber wir müssen hier noch irgendwie herlocken können vielleicht mit ein paar so und dann pfeifen ja genau so hier kommt der andere auch mit seinem blöden blickfeld nicht hin das ist hervorragend ob wir das schaffen ja doch wir hatten sogar noch eine sekunde mehr zeit gut gut irgendwie wenn man das im nachhinein spielt ist das gar nicht so schwierig wenn man mal ein bisschen nachdenken okay wo wir gerade bei nachdenken sind der hat aber auch ein riesen blickfeld mann 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 so hier an der ecke dürfte der mich nicht sehen okay so so und hier oben sind wir beim letzten mal gescheitert halt was ist da drin äh lernfelder ja da haben wir einen von verwendet okay wie ist das jetzt hier der guckt sich auch ab und zu um der guckt hoch die können wir bestimmt auch mit lärmfeilen erstmal kurz weglocken ja oh Moment. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ey, das ist nicht dein Ernst jetzt. Schnell hoch, schnell hoch. Oh, ey. Ey, wie soll man denn die Stelle... Oh, Mann. Och, nö, jetzt bin ich wieder hier unten. Ey. Also nochmal die gleiche Strategie. Das Spiel bringt mich noch zur Weißglut. Ja, ja. Ach, nee. Nee, 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 nee. Schnell rüber. Ach. So. Das ist klar. Aber die da oben nerven echt. So, nochmal den Lärmpfeil einsammeln. Kann ich hier auch noch? Nee, kann ich nicht. Also. Und hier außenrum? Nein. Warum soll man es einfach haben? Hm. Warum konnte ich die denn von oben nicht töten? Das verstehe ich nicht so richtig. Aber. Hm, warte mal. Nochmal. Ach, ja, genau. Wow. So. Ach der. Oh, Mann. Ey. Hallo? Das macht so keinen Spaß. krass. Ja, ich weiß, wie ich den weglocke. Aber. Hallo, schau. Aber, ähm. Die beiden da oben. Die gehen mir total auf den Senkel. Das wird ja wieder eine tolle Folge. Also. Jetzt muss ich die mal genau studieren. Der dreht sich nach da oben ab und zu. Und der guckt ab und zu nach oben. Die reden. Okay, also wenn die reden, könnte ich theoretisch rumklettern, weil dann sehen die mich nicht, weil die sich ja dann unterhalten. Okay. Schnell, 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 schnell. Und jetzt haben wir sogar Gold gekriegt. Oh, da ist der schon. Wäbeln. Genau. Manchmal kann hier Erfüllung von Nebenzielen das Erreichen des Hauptziels vereinfacher. Ah, okay. Leibwachen drei Stück. Ähm. Da ist eine Leibwache. Da ist eine Leibwache. Ach du Heilige. Und da ist eine Leibwache. Also durch den ganzen Komplex hier durch. Erstmal nach oben. Erstmal nach oben. So wie das aussieht. So. So. Das ist eine Leibwache. So, Nummer eins. Was sind das für Türen? Ah, okay. Neue Verstrecke. Ein Helixfragment. Ah, ne. Hier komme ich nicht weiter. Okay. Also jetzt wieder runter. Ne, 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 ne. So. So. So, der ist es der mit so einer Lärmaura. Und der guckt ab und zu hier unten hin, ne? Ah, der guckt durch die Fenster. Und das sind zwei von denen. Okay, kann ich den killen, bevor der durch das Fenster guckt? Oh, ne, guck. Ho. Ich hätte ihn, ich hätte rechtzeitig, ähm, X drücken sollen. Hätte ich den wahrscheinlich erwischt. Ich bin reingeklettert, weil ich eigentlich nur ein Stück, äh, weiter an das Fenster wollte. Aber okay. So, holen wir uns erstmal den. Und dann warten wir hier nochmal. So. So wollte ich das eigentlich haben. Ja, das funktioniert. Und? Was ist mit dir? Dreh dich um. Dreh dich um. Hey, du. Ah. Drei Wurfmesser brauche ich. Uiuiuiuiui. Oh, wie viel sind denn da noch? Na? Nein, 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 nein. Ach, komm. Ich bin nicht hier. Drei Wurfmesser. Das ist heftig. Zwei hätte ich ja noch verstanden, aber drei? So. Na, haben wir schon wieder so einen Typen, der einfach nicht weggucken will? Kann ich von den Pfosten da rüber? Nee. Aber den können wir jetzt mit so einer Knallbombe blenden. So. Na. Hier kann man auch runter? Nee. Hä, gibt's hier was? Nein. Hongfe, ja, toll. Ha. Oh. So, erst mal den hier. Und die da. Ja, ich weiß. Guck nicht hier runter, nee. Nee, sieht nicht so aus. Der andere guckt hier runter. Ah, das ist bestimmt so ein Sucher. So. Oh, nee. Okay. 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 Oh, los. Guck schon weg. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ah, Mensch. Ich vergesse immer da einige Sachen. So. Und an der Stelle würde ich sagen, wir beenden den Part für heute. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.